Kommt ihr mit dem Plan voran, Edsley? Es gibt verschiedene Optionen. Utsu? Kukulkans Armee folgt dem Sackbeet zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide. Wenn wir direkt von vorne kommen, können wir sie am besten abfangen. Aber das Risiko ist groß, dass sie uns überrennen. Wenn wir hier lang gehen, wäre das sicherer. Aber unser Timing müsste perfekt sein. Sonst gehen sie uns durch die Lappen. Geht nicht vielleicht beides? Wenn wir von vorn angreifen, gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position. Dann kriegen wir sie dran. Keine Option ist risikofrei, aber ich finde, das ist die beste. Gut, dann auf deinen Befehl. Stell die Truppen auf. Wir gehen. Hier trennen wir uns. Du musst dort entlang. Ich möchte dir das hier geben. Es bringt Glück. Edsley, das kann ich nicht annehmen. Nach diesem Tag ist die Sonnfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Danke. Pass auf dich auf, Jonah. Du auch, kleiner Vogel. 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 Du, kleiner Vogel. Du weißt, nicht. Du weißt, unser Zeichen. Du kannst dir das sein. Du weißt, eigentlich nicht so. Du weißt, wie wir vermischt. Das war's für heute. Oh, oh, oh. Unglaublich. Jonah, ich hab's geschafft. Ich seh die Brücke. Scheiße. Sie haben die Brücke gesprengt. Wir finden einen anderen Weg. Okay. Siehst du den roten Rauch? Ja. Ich werde es überprüfen. Unuratu hat gesagt, das Purpurfeuer sei ihr Schicksal. Okay. Aber bei euch. Commander, hier ist Cardinal Chu. Brücke ist ausgescheitert. Gut. Team Leader mit den Fahrzeugen koordinieren. Cardinal Chu, sie sind ihre Augen. Verstanden. Nicht vergessen, jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor. Mehr Helikopter. Die Axiel. Trinity macht Jagd auf sie. Hier ist Cardinal Aide. Feind in Sicht. Ändere Kurs auf 105. Richte Todeszonen ein und halte den Feind vom Tempel fern. Fortschritt in allen Sektoren. Aber wir haben große Verluste. Alle Einheiten. Weg von den Wänden. Bleib bei den Kameraden. Überlackende Schussfelder. Die Quelle des Rauchs. Da komme ich hin. Wenn das Popo Feuer qualmt, suche deinen Spiegel. War das Unurathos Schicksal? War das Unurathos Schicksal? Ich denke, dass wir zusammenarbeiten sollten. Im Kampf gegen Kukulkan. Schicksal. Fok-Fölle. Wichtstschel. Hölle. Willi-Szin? Wichtstschel. Wichtstschel. Okay. Das war's für heute. Moitomenakka! 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 Jonah, Planänderung. Ich bringe Verstärkung. Was? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich auch. Commander, siehst Kontakt zu Croft. Siehst meinen Jagseal. Siehst was? Lasst euch nicht ablenken! Schaltet sie aus! Sie sind überall! Wir brauchen Verstärkung! Jetzt! Schicke Verstärkung zu euch! Scheiße! Scheiße! Der Tag! Ihr Zehnter Team! Hoher Rad in Position! Halten die Stellung! Wiederhole! Hoher Rad ist sicher! Hier! Hier ist Commander Rogue! Der gesamte Hoher Rad ist hier, um unseren Sieg persönlich zu begleiten. Wir werden die Stellung um jeden Preis halten! Nein! Cardinal etc. Er macht die Faffe zurück. Nein. Oh, mein Gott. Komm her! Nichts classe los. Oh mein Gott, sieh raus! Scheiße! wayeramientos Komm, komm! Acham mich! Michiäi! Jonah, wir haben es geschafft. Der Weg zum Tempel ist frei. Wir brechen auch durch. Sind fast da. Wo ist Dominguez? Er ist im Tempel. Wir sind nah dran. Moitomelaka! Danke, Kukulkan, für dieses Geschenk der Erneuerung. Wir sind dafür bereit. Lass uns Deine Macht empfangen. Die gehören zu Dir? Das Ritual muss von mir abgeschlossen werden. Sie haben falsch gewählt. Völlig falsch! Es war schon immer Ihr Recht. Her mit der Schatulle. Nein. Nein. Niemals. Ich muss Paititi beschützen. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Nicht nur Du. Sondern wir alle. Als Einheit. Ja. Steigen sie nicht bis zum Ende. Angriff! Hier ist Commander Rook. Alle verbleibenden Einheiten, halten! Sie sind durch das Druck! Ich werde hier beschossen! Alle Einheiten zu den engen Stellen! Meine Herren, lasst den Feind nicht durch. Um jeden Preis aufhalten. Das Ritual ist fast angeschlossen. Hier spricht Rook. Nach Abschluss des Rituals werdet ihr alle gerettet. Und wer alles gibt, wird auch belohnt. Dominguez, dieser sentimentale Akademiker, ist weg. Und bald beherrscht Trinity alles. War das schon alles? Dominguez, dieser sentimentale Akademiker, ist weg. Und bald beherrscht Trinity alles. Glaubst du, Trinity liegt das an Paititi? Eine neue Welt kommt, wie du sie dir gar nicht vorstellen kannst. Ich bin Trinity. Ich komme nicht durch. Das ist eine Todeszone. Ich muss sie abschärfen. Sie haben tief Kontakt zu Ihrem Anführer. Feuer! Feuer! Ich weiß, du bist das alles leid. Bring es einfach hinter dich. Wir wissen beide, dass du schärfer bist. Wir wissen beide, dass du schärfer bist. Wir wissen beide, dass du schärfer bist. Gott, ist nie eine Chance. Gott, ist nie eine Chance. Hier Paladin One. Ich bin umzingelt. Keine Munition mehr. Nein! Bitte! Nein! Ah! 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 Jonah, Rogue ist tot. Ah! Ah! Ich folge Dominguez, um das Ritual zu stoppen. Wir halten die anderen so lange wie möglich auf. Ah! 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 Und jetzt ist's Bo skies. Ah! Ah! Aufwand! Untertitelung des ZDF, 2020